Wie wir alle hart am Pimmeln sind? Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge! Gary's Mod, Community-Abend. Ich musste mich hier umbauen und aufbauen und ähm, das... Diese Webcam will nicht mehr. Jetzt hab ich wieder... Ah, jetzt hab ich die... Die Cam. Fein, multiplayer-Game. Ich schaue einfach vor, ich nehme einfach mal an, dass ihr alle nachjoint. Alle 50.000 Leute, die mitmachen wollen. Schwer, Prop Hunt. Ich spiele Prop Hunt, es klingt so wie das. Was soll ich machen? Okay, Alphanout ist am Start. Also wir beginnen jetzt endlich den Community-Abend nach. Ja, 11 Minuten der Findung. des Servers. Und da unten schniedelt er schon. Es geht rund. Es geht rund. Wie ein bunter Hund. Kunterbund. Klar, wie er einfach schon die Dingbomben hat. Diese Zündbomben. Jetzt raste ich aber gleich aus. Jetzt raste ich aber gleich aus. Nein, 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 nein. Okay, Remote-Control-Bomben mit rechts. Die macht man wieder. Fuck. Das war natürlich eine bittere Pille. Ähm, ich weiß nicht, warum ich mich jetzt direkt weggebombt hab. Ich, alter Skin. Aber ich hab's halt einfach drauf. Hier, gne... Boom. Ich fick mich schon wieder selbst. Jetzt mit ein bisschen mehr Obacht. Nö, 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 nö. 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 Killer-Man. Killer-Man. Äh, 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 äh. Was hab ich denn da für einen verkackten Ohrwurm die ganze Zeit? Have I cack in my ear? Das war eine Kacke hier. Läuft einfach irgendwelche Werbung. Und du musst dich natürlich rausschneiden. Ah, halalalalalala. Okay, Alphonaunt. Alphonaunt, du alter. Du alter Bock. Ah, Alphonaunt, was ist geschehen? Ich weiß es auch nicht. Es haben sich doch fünf Leute angekündigt. Was ist mit euch los? Hat ja hingefallen. Ich füge jetzt mal eine Runde mit dem Killer. Was ist mit euch los? Mensch, hört doch auf wie zu fallen die ganze Zeit. My setting's clear. Gonna kill you. Wie, ja, voll die Bomben aufheben. Ich raste aus, gell. Ah. Shit. Oh, fuck. Fuck. Mentu ist am Start, der alte Bock. Ja, klar, Mentu. Das soll ich jetzt glauben, oder wie? Bam. Wow. Shit in my pants, you know? Shit in my pants, please. Mentu, jetzt kommt um auf den Server, Mensch. Du stellst dich aber auch auf Ohrheit. Bam. Bam. Okay, cool bleiben, cool bleiben. Oh, fuck. No. Da wimmelt er mich weg. So, jetzt ist Mentu am Start. Jetzt kriegen wir richtig die Hucke voll. Oh, shit. Ich bin da. Vier da oben steht und nichts macht. Bitte, Mentu. Und da kommt noch jemand. Jetzt raste ich aber langsam. Na also, habt ihr es jetzt geschafft, wieder aufzustehe von eurer Hinfallerei, du? Oh, mein Kind, was ist das denn? Ich kann es nicht glauben. Oh, das ist cool. Piercing. Das geht durch die Dinger durch. Durch die Wände. What? Durch die Wände und ich stelle mich so hin. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Oh, das ist cool. Das geht durch die Wände durch. Alter. Are you fucking curdling me? Bleib stehen. Geh hin fort. Du, Lilana, you feed Can. Ah, go away. Oh, I gonna kick your butt. Das ist sehr ridikulös. Das ist ziemlich ridikulös hier. Wie wir alle hart am Pimmeln sind. Das ist doch der Mentu. Wer ist blau? Wer ist grün? Mentu. Mentu. You're probably hot today. Wer ist denn da? Wen hab ich denn da gepimmelt? Ach, aber seine Bombe ist liegen geblieben. Ich raste aus. Alphonao, du bist meiner. Ja, klar. Es ist einfach ein... Ah, dieser Alphonao. Da liegt er bei mir rum. Er chillt. Ich spreng ihn ein bisschen weg. Mentu wurde schon wieder gekillt. Mentu? Are you okay? Wenny? Wenny, ich glaub die Hosen kommen. Wenny, ich komm. Das ist ein Schnüffelstück. Das geht so nicht. Nein. I've got a bomb kick. And now I'm ready to kick some bombs. Hey, we rennen schon, du Witzel. We rennen schon, du auch nicht. He? Boom. Ich pumpe die eine. Wie er einfach voll schnell rennen kann. De Can. Klar, bin de Mentu. Hab drei Bomben. Bin de Mentu. Ist klar. Klar, Mentu. Ich hab schon verstanden, wo das hier hinführt. Oh, Mentu, aber ich hab starke Bomben. Was sagst du dazu, Mentu? Das ist schon cool, ne? Oh, oh. Hier, boh, 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 ha. Ist sie da? Oh, jetzt ist so viel los. Ich hab Angst. Das ist richtig, jetzt ist zu viel. Äh, äh, zu viel. Das ist zu viel. Das ist zu viel für mich. Das ist zu viel für mich. Das ist zu viel für mich. Kack. Hab ich den, hab ich diesen Bombenkack endlich? Meins, 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 meins. Oh, bin de Mentu und hab mich selbst gekillt. Mentu, cool, bleib. Schrei nicht so. Was hat er oben veranstaltet? Ja, also. Nein, de Cana hat mich gefickt. Oh Gott, ich glaub's nicht. Ich hab ganz kalte Hände. Und de Basti-Killer ist auch da. Mensch, Basti, mach doch mal ein Mitbastel. Jetzt wird's langsam voll. Na also, na also. Ich hab schon, ich hab schon das Vertrauen. Ich hab schon die Hoffnung in die Kommune. Wie er eskaliert. Alphonaut. Was waren denn das für Bombenreihen? Alphonaut. Alphonaut. Was geht denn hier ab? Mensch. Oh, okay. Den hab ich jetzt ungewollt. Oh, oh. Ungewollt gefistet. Aber wer kennt das nicht, ne? Also, zack und schon hat man jemanden gefistet. Aus Versehen. Versteht sich. So und so. Jetzt geh ich hier hin. So. Und dann da hin. Und dann da hin. Und dann mach ich den hier. Bam, bam. Ja. Ja, guck mal hier, Schätzchen. Äh. Fuck. Was mach ich denn hier? Ja. Hallo, hallo, hallo. Oh, scheiße. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. 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 Ja.